Big Olin und auf euch recht herzlich willkommen euch hier zum letzten Part unseres Duells. Heute gibt es keine Bots, heute gibt es nur uns zwei von Nuketown. Wir haben unsere Klasse vorhin eingestellt und ja, Killer, was hast du für ein Gefühl? Also ich habe richtig Angst, aber noch kein Pipi in der Hose und ich bin echt ultra aufgeregt. Ich sehe es kommen, du stehst vor mir und ich aim irgendwo hin, aber nicht auf dich. Was hast du für ein Gefühl? Ja, ich habe auch ein sehr ungutes Gefühl, weil ich ja irgendwie so einen reinen COD-Channel habe. Du machst jetzt zwar, also Killer macht jetzt auch bei COD, ist immer wieder mal ein bisschen COD dabei, aber jetzt vielleicht ein bisschen fokussierter und ja, da wäre es natürlich überpeinlich, wenn ich verliere, aber egal, du warst schon immer ein sehr guter Ego-Shooter-Spiel auf PC, von daher... Vielen Dank, vielen Dank. Okay, gut, wir können eigentlich starten, alles ist eingestellt. Wir haben die Scorestreaks ausgeschaltet übrigens. Genau, jetzt geht es um die Wurst, keine Scorestreaks, kein gar nichts. Oh Gott! 10 Kills. Ich habe echt, ich merke, ich merke deine Waffe in meinem Anus. Ich bleibe einfach direkt im Spawnsträmen. Oh Gott, und hofft, dass irgendwas passiert. Ich habe es in der Lasse von einem Passieren. Ich wollte gerade sagen, wir sind im Team, weil das ja FFW war. Wer gar auf dem Kreis und... Okay, ich bin sagen, kein damage-connected. Alter, sollen wir es schnell machen, rangehen und sowas, oder haben wir Angst? Also ich habe ein bisschen Angst. Ich auch, wie sich Angst haben, weil ich gehe vor, ich kenne da nichts. Wehe, wehe ich, ich dance hier vier ab. Ich dachte, du hast Angst, du Lügner. Oh, scheiße, fuck. Er hat gar keine Angst, er hat Kloge. Ganz kräftig. Er schmeißt sie. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wo ist was jetzt was? Wo waren wir gerade eben? Oh, da habe ich ein bisschen damage gefassen. Ich muss auch aufpassen. Nein! Nicht deine scheiß Flash! Nein! Die Flash hat mich gereinigt, ich liebe dich, Flash! Ich habe mal deine einen auf, als Sicherheit. Besser als du kappt. Bleib gerade mal weg von meiner Leiche, gell? Ich bewache meine Leiche, ich sehe dich. Oh Gott, ich bin so aufgeregt, Alter. Ach, da bist du ja, ich sehe dich gerade. Oh Gott, was? Ne, Quatsch. Ich ziehe da schon voll. Eure Porgunner, wieder mal in den Kommentaren und schaut auf jeden Fall auch beim Doom-Bubble vorbei und schreibt auch was in die Comments. Und schaut auch auf jeden Fall beim Wall-In vorbei, denn ich jetzt zerpimmel. Da habe ich gerade ein bisschen Angst. Da gehe ich ein bisschen aus dem Weg. Hätte du hast Angst, durch? Alter, wo schmeißt man? Nein, nein, nein! Hau ab! Wo ist er? Was? Nein, du warst schon vorbei. Oh mein Gott, ich verreckt. Ich nipple ab. Ohne Ende. Scheiß doch. Ich würde es noch langen geben. Scheiß doch die Wand an. Kinder, war das, das war jetzt echt Pech. Ohne Ende war das einfach nur Pech. Was war denn das für ein Sprung da hinten? Was hast du schon gerade gemacht? Ich dachte, du bist da hinten. Was schmeißt du hier um dich herum? Das war ich nicht. Das ist ein Auto in die Luft gegangen. Ich habe ultra Angst. Hör auf jetzt. Hör auf, mich zu betreffen. Okay, kurzzeitig. Ah, da ist er ja. Ne, Quatsch. Du schwarz. Ich bin mir da kurzzeitig sicher. Du bist auf der Seite der Map. Tja. Du bist da hingecheat. Hast du Gott-Mode an oder was? Manchmal schon. Ne, Quatsch. Ohnein. Ohnein. Ohnein! Bist du? Scheiße, Mann. Ich habe das Gefühl, ich kacke ganz knapp ab. Wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Fuck, hätte ich jetzt Vollmantel geschossen, hätte ich durch die Wand durchrotzen können. Aber im letzten Moment habe ich es noch weggemacht. Alter. Bist du da gerade gestanden? Oh mein Gott. Diese behinderten Figuren. Bitte nicht, Walden. Schiss. Hör auf, jetzt irgendwo rumzulegen, okay? Ohnein. 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 Ich habe keine Ahnung, wo du bist, wo ich dich vorhin kurz gesehen habe. Ich renne hier gerade und suche dich, aber... You're not there. You're not there. You're not there. You're not there. Ich gehe jetzt da hier. Das ist eklig, Mann. Jetzt, äh... Mach doch mal was. Immer oben, steht da rum. Okay. Okay. Nein! Ich habe gerade auf die K40 gewechselt. Ich wollte gerade sagen, okay, ich komme. Okay, ich komme runter. Nein, okay. Scheiße, ich habe nichts dabei zum Werfen. Okay, ich muss jetzt ein bisschen konzentrieren. Du hast jetzt aufgeholt, einen Kill. Was hast du dir mitgenommen? Warum hast du nichts zum Schmeißen? Weil ich alles auf die Waffe... Ich habe alles auf Waffe ausgelegt. Oh, krass. Aber wie denn? Also, wenn... Krass. Wenn ich vor dir bin, bin ich tot. Ich habe mich gerade mal angeguckt. Ultratot. Du hast mich einfach umgeatmet. So, äh. Scheiße. Weißt du, wenn die Nate nicht anschlägt, wenn nichts anschlägt, das ist... Ganz eklig. Ganz unangenehm. Oh, da hinten ohne ehrenhaften Hedgich. Scheiße, man. Ich bin gerade... Ich bin schon rausgesprungen aus dem... Oh, was? Wie hast du vermutet, dass ich so weit vorgegelaufen bin? Äh, ich habe es nicht vermutet. Ich wollte ins Haus. Ich habe Angst gehabt. Dein Krempelin oder die ganze Zeit durch die Gegend schmeißt, der verunsichert mich vor. Na ja, manchmal schmeiße ich nämlich auch einen Stein. Nein! Oh mein Gott! Das gibt es doch nicht. Ey, ich hätte dich sogar... Ich hätte dich vielleicht sogar neifen können, wenn ich so schisser wäre. Ich habe sogar Wachsamkeit dabei. Ich habe dich nicht gehört, weil du Totenstelle dabei hast. Und jetzt ist meine Wachsamkeit unnötig. Totenstelle habe ich nicht dabei. Aber ich habe... Ähm... Oh Gott, warum nehme ich jetzt eigentlich deine Waffe? Das ist ein Fehler. Nein, nein. Ich habe es doch vorhin gesagt. Nein. Ach, das ist nur Rauch. Ich dachte, du warst hinten an dem Auto. Weil das Auto hat einfach nur einen fahren lassen. Na! Machst du das gerade eben oder war das im Fernsehen? Was? Fernsehen? Ja, da sind doch diese Tafeln. Hier draußen. Ich hole hier draußen rum. Welche spinnen im Haus? Alter! Das gibt es nicht. Wie viele Kids sind Connected bei dir und es juckt dich nicht. Es juckt mich gar nicht, weißt du? Ich habe nämlich Anti-Juck-Jacket an. Wow! Nein! Oh, shit. Er holt mich weg mit seinem kleinen Flohwerfer. Alter. Ja, lo, das ist ein P7. Die waren ja auch richtig erfolgreich. Aber das ist schon ein Flohwerfer. Ich habe immer mal so einen Guide gelesen, wie man die DNA-Stoff... Nein! Ich habe mit allem gerechnet. Wie hast du deine Scheiße geschmissen? Das war doch wundervoll nicht von dem Fenster raus. Nee, nee, von unten. Oder von draußen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stand. Weil ich kenne doch die Map nicht so wie du. Ich bin... Was? Oh Gott, wie ich es zur Seite... Wie habe ich das gemacht? Nein! Und er fickt mich trotzdem noch! Nein, du Schlawiner. Du stinkender Schlawiner. Du stinkender Schlawiner. Das ist jetzt wirklich fies an. Aber er wird gleich beleidigen. Ich werde gleich beleidigen. Alter! Warte, obacht ihr auch, dass hier fliegen... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier sind die Ultraspannung. Ultraspannung, meine Freunde. Ich scheiße mich hier ein. Komm aus dem Haus raus jetzt. Du Schlawiner. Ich bin lange nicht mehr im Haus. Ach ja? Ach ja? Da wo ist er nämlich! Nein, 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 nein! Alter, wenn ich vor dir... Wenn ich vor dir stehe mit AK, keine Chance. Das ist eklig. No chance, man. Nein! Unmöglich, Alter! Ey! Unpossible! Ich habe dich so krass getroffen. Holy shit, Alter! Wie hast du mir so... So einen krassen... Wie hast du mir so ein krasses Aim gegeben gerade? In die Gorsch! Und... Obacht, ich habe einen Nate geschmissen und es hat alles gewackelt. Und ich habe trotzdem noch getroffen. Deswegen war das ja irgendwie so... Hat das so unrealistisch ausgesehen. Wahrscheinlich. Ich war nämlich nackt. Von hinten. Deren... Nein! Ey, du Sack! Okay, jetzt geht es um die Wurst. Jetzt geht es um die motherfucking Wurst. Oh Gott! Alter! Immerhin ist es schon mal nicht zu Null. Es war mir von Anfang an klar, dass das nicht passieren wird. Wir hatten Schiss, dass es zu Null wird. Weißt du, dass einer ganz blöd dasteht. Ich habe mal kurzzeitig Angst. Wo bist du der Sack? Oh Gott, mein Herz. Bitte bring mich um, Wallen. Bitte. Ich halte es nicht mehr raus. Nein! Was? Wie viel hast du geschluckt? Oh mein Gott. Alles. Alles. Alter. Alles. Ist ja maximal noch eine Kugel gewesen. Okay, egal wer gewinnt. Ehrenhafter Sieg, ehrenhafter Los, würde ich sagen. Guck dir das an. Ihh! Nein! Nicht auf zu schießen! Ich habe aufgehört zu schießen! Ich war so lange geflasht von dieser scheiß Flashbang. Ich war so lange geflasht. Dann bin ich in die Richtung gerannt. Alter, shit, man. Das war ultra knapp. Alter! Guck dir das an! Ich zitter. Boah! Ich habe aufgehört zu schießen! Ich dachte noch, die Nate kriegt dich. Okay, aber nein! Das Problem ist, ich war noch angefragt von der Nate, weil die mich wirklich... Ich war knallrot. Und dann war ich noch ein bisschen geflasht. Und dann habe ich gesagt, Alter, ich muss jetzt flüchten. Okay, krass, auf jeden Fall. What? Oh mein, ohne Scheiß. Ich will so viel Like sehen, wie ihr nur könnt. Also für diese ultra-epische drei Parts hier für mein Projekt. Also, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, auf jeden Fall bewerten und kommentieren. Und checkt das Ganze aus Killers Sicht aus. Ist auf jeden Fall ultra-interessent. Oh, nee. Okay, ich dachte, dass meine Facecamber abgebrochen ist. Und ja, okay. Ich würde sagen, ich gebe dir das Schlusswort. Vielen Dank. Also, ich freue mich, dass ich mitmachen durfte. Leute, schaut auch auf jeden Fall alle bei Big Wallen vorbei. Ja, sein Projekt muss unterstützt werden, denn er unterstützt damit kleinere YouTuber. Also, ihr schaut vorbei, seht vielleicht andere YouTuber, die euch gefallen und bam, guckt bei denen täglich vorbei. Zack. Am Sack und so. Ja, also, es hat echt Spaß gemacht. Ich zitter immer noch. Richtig arg. Vielleicht sieht man es. Wartet kurz. Ja, und sieht es ein bisschen. Nicht wirklich. Doch, doch. Die rechte Hand zittert. Naja, okay. Also, dann wollen wir vielen Dank und du hast nochmal das letzte Schlusswort. Ciao, ciao. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.